So Freunde, 9 Uhr morgens Hamburg, wir fliegen jetzt nach Manchester und dort Bayern gegen City, da sind wir direkt am Start, ich hab überhaupt Bock, aber noch ein bisschen müde. Also, Abfahrt! Hier schon wieder gelandet? Ja! Ja! Ich liebe Nandos, Freunde und ihr werdet sehen, warum. So Freunde, guck mal, wo ich schon wieder gelandet bin. Nandos, mein Lieblingsplatz in England. Beste Showboards, holy shit. Ey Leute, jetzt wird so abgemasstet, 12 Uhr morgens ist es vom Ding her. Und wir hauen uns halt hier einfach den fettesten Chicken rein, es ist so geil. So, guck mal, warte, kurzes, schnelles Tasting, einmal schnelle Soße. Let him cook. Oh, ich hab's vermisst. Ey Jungs, viel Spaß weiter mit dem Video. Leute, wenn ihr in England seid, checkt auf jeden Fall Nandos ab. Real Talk ist das Beste. So Freunde, wir sind zum dritten Mal bei Nandos. Halloumi, diesmal zur Vorschweise. Und die absolut besten Süßkartoffel in Ecken, die es gibt mit der geilsten Soße. Oh. 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 Das ist heiß. Das ist heiß. Das ist heiß. Ja gut, Digga. Also. Bro, ich bin, ich habe keinen Hunger. Weil guck mal, das ist meins. Das ist respektlos. Das ist meins, warte. Das ist deins. Chat, ihr müsst wissen, das ist alles seins. Aber ich hab Hunger. Ja, ist ja okay. Das ist meins. Das ist deins auf low calorie Basis. Und deins auf mastige Basis. Wir sind hier gerade live. Könnt ihr rauschecken, wo? Twitch.tv. Ja, scheiß doch, Bro. Halt mich mal die durch. Snash. I'm up. Let's go. So, Freunde. Wir sind jetzt in unserem Apartment angekommen. Und es gibt mir absolute New-York-Weid. Das ist hier ein fucking laut. Wir sind eigentlich in einem Hotel drin. Das war eigentlich viel, viel günstiger als ein Hotel selbst. Wir haben hier eine richtig geile Küche für uns selber. Einfach auf entspannte Video. Und hier so Ankleideschrangen und sowas. Dann haben wir hier einen übel-neisen Spiegel. Wo man sich so angucken kann halt. Wenn wir gucken. Dann gehen wir direkt rüber ins Schlafzimmer. Das ist echt schön nice. Okay, weil ich nachher... Dreckslatt, egal. Nee, das ist marialig. Und ihr merkt schon vielleicht, deswegen gibt es so New-York-Vibes. Weil das hier so alles aus so Backsteinen ist. Die Aussicht ist übel-geil. Und dann sind da irgendwelche Hochhäuser neben uns. Irgendwelche Doppeldecker fahren hier lang und so. Das ist komplett geistesgestört. So, wir machen direkt weiter. Badezimmer. Badezimmer ist sehr geil. Alles los. Marmor. Bro, aufpassen. Das ist Arschheiß. Pass auf, wirklich. Ich war vorhin duschen. Ich war vorhin duschen. Bin da angekommen. Ich hab mich verbrannt. Mal einen Challenge, wer länger dran halten kann. Okay, mach. Wer länger dran halten kann, du musst deine Hand auch halten. Okay. Drei, zwei, eins. Ah! Ah! Das ist die Scheiß-Challenge. So, und dann haben wir noch den Living Room. Ich bin fast gestorben. So. Nice Living Room. Nice Couch. Direkt hier noch ein Fernseher. Das ist so geil hier alles. Nun, das ist einfach London, aber so in Crack City Bitch. Nee, das war's mit der Roomtour. So, ne, wo sind wir? Wir sind beim Stadion. Wir sind einfach die ganze Zeit live. Wir sind gerade die ganze Zeit live gewesen. Jetzt gehen wir Richtung Stadion. Wir müssen unseren Blog finden. Und ich bin so gespannt heute auf das. Hat Eli das Taxi? Ja, Eli hat gezahlt. Einfach auf Uber Leute, Code Eli, dann zahlt er. Code Eli. Ihr seid Arschgesichter. So. Ei. Stadion. Stadion. Sieht sehr mächtig aus, aber. Digga, das Stadion sieht richtig. Wie viele Leute passen dort rein? Chat, Hilfe. Digga, wir gehen hier bei den City-Fans rein, ne? Hinten war die Bayern-Ecke. Wir gehen einfach bei den City-Fans rein. Ist mir scheißegal. Wir schreien auch richtig, wenn wir ein Tor schießen. Und dann sind wir tot. Vielleicht werden wir abgestockt. Aber dann war das ein geiler Blog. Und hier ist es. Meine lieben Damen und Herren. Agüero. Okay, ich bin Pep, ich bin Pep. Wer erinnert sich noch an die Aussage? We could never replace Agüero. Und dann kommt Haaland. Und dann kommt Haaland, dann weiß er's. Alles gut? Schweres los jetzt mit Bayern. Und dann auch wenn wir gewinnen, entweder Chelsea oder Madrid. Ich denke mal bei Madrid. Aber ja, wahrscheinlich schon. Digga, ihr habt eh die schwerste Richtung bekommen. Ihr wurdet komplett geriggt. Aber bei der Champions League gewinnen willst, musst du die Beste schlagen. Ja. Und jetzt wieder im Finale. Wie sieht's aus? Seid ihr confident? Amos. Okay. Ich glaube, dass wir gewinnen werden. Ich glaube aber nicht, dass es einfach wird. Bayern ist ein richtig gutes Team. Wahrscheinlich mit Madrid die beste Mannschaft in der Champions League. Und darum müssen wir uns unsere beste Leistung bringen. Wir sind momentan gut drauf. Wir haben, glaube ich, acht Spiele in Folge gewonnen. Wir spielen guten Fußball. Wir spielen zuerst zu Hause. Wie ist es für dich so, wenn du jetzt gegen Bayern spielst? Mal ein bisschen die Revanche geben von den letzten Jahren, wenn du in Dortmund gespielt hast? Klar. Irgendwie ist das auch noch mit dabei. Vor allem, ich konnte nie in München gewinnen. Das ist das, was ich unbedingt auch will. Und wenn man da noch weiterkommt, das wäre schon ein geiles Gefühl. In Dortmund konnte ich, glaube ich, zweimal gewinnen gegen Bayern. Also da ist es sowas. Ich habe schon mal gegen sie gewonnen, aber in München, das will ich auch noch miterleben. Ja, das wäre ja... Also das wäre geiles Geschirr. Mit mir jetzt am Start, Manuel Akanji, Ex-Dortmund-Legende. Jetzt halt bei City, der gesetzte Mann. Bro, schön, dass du es geschafft hast. Geil, dass du am Start bist. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Okay. Okay. Erste Frage und das ist das Wichtigste. Ich glaube, das kann ich schon selber beantworten. Aber wer hat den besten Style und den besten Musikgeschmack für euch aus dem Team? Den besten Style? Wie würde ich sagen? Calvin Phillips. Echt jetzt? Ja. Der zieht sich gut an. Und besten Musikgeschmack? Ich liebe meine Musik. Aber ich muss sagen, für das Team, so allgemein, Jack Grealish muss ich auch damit reinziehen. Ich sage, es ist nicht immer meine Musik, aber er hat so etwas, was alle mögen. Weißt du, es sind nicht unbedingt Chart-Lieder, aber Lieder, die alle hören, von den 80ern Jahren, dann sind es neue Lieder, es sind vielleicht mal Haus-Lieder, Rap, Offro-Beats, alles mögliche mit drin. Darum muss ich sagen, ist er auch so ein guter DJ für die ganze Mannschaft. Das heißt, ihr habt da so eine Box und dann einfach Musik und ab. Ja, genau. Am Spieltag ist es immer ein iPad und da läuft eigentlich die gleiche Playlist runter und ich mache dann meistens meine Koffer rein. Nächste Frage, was hast du mit dem ersten Geld gemacht, was du mal verdient hattest? Acht Jahre oder so, neun Jahre oder so, wo du dein allererstes Geld gemacht hast mit Fußball? Ja, also als ich in der zweiten Liga gespielt habe, habe ich noch nicht viel verdient. Da habe ich ja 2.500 pro Monat. Ich glaube, das erste, was ich mir so gegönnt habe, war, glaube ich damals war es noch, ich glaube, war es ein Louis oder ein Gucci-Gurt, ich weiß es nicht mehr. Das war damals, wenn diese Gürtel waren damals nicht. Louis, Louis. Und ein Portemonnaie, dieses Aufklappbare, nur für die Karten, das habe ich mir damals gegönnt. Ich glaube, das war eines der ersten Dinge, ja. Okay, okay. Das ist ein geiles Ding. Wer ist der krasseste Trashtalker bei euch aus dem Team? Jack. Echt? 100 Prozent. Ich weiß noch, als ich noch nicht hier war und wir gegen England gespielt haben, das war gerade vor einem Jahr etwa, im März war das, ist er reingekommen in das Spiel und hat einen Ball zurückgespielt und ich wollte an ihm vorbeigehen, aber ich habe ihn so ein bisschen so an der Schulter auf. die Rämpel dreht sich um, what the fuck are you doing? Oder so, wirklich direkt so, chill, weißt du, ich bin gerade reingekommen und alles und so, aber 100 Prozent vorher war es Jude bei Dortmund. Echt? Wer ist der stärkste Spieler gegen den du jemals gespielt hast? Von Nervenkörper? Stärkste, also von Muskeln her, oder beste? Beste Attacker, meine ich. Also der beste ist Messi, ganz klar. Der steht vor dir und du denkst, er geht nach links und er geht nach rechts und umgekehrt genau das Gleiche und es ist wirklich unberechenbar. Darum würde ich schon Messi sagen. Der Ecksteck von der Physik her würde ich sagen, ist Romelu Lukaku. Ich wollte gerade sagen. Safe Lukaku. Weißt du, was der da unten hängen hat? Nein, keine Ahnung. Weißt du nicht, hast du nicht so in der Verteidigung mal angekloppt? Ne, keine Ahnung. So, durch und Eingang durch. Durch und Eingang durch. Ja, der war ja. Respektlos. Und wir haben irgendwie so einen Tag auf unserem. Ach so, wenn man das bringt, aber ja. Einer, 2.09. So Leute, wir gehen jetzt rein. Damn. Geil. Wir waren noch nie so früh im Stadion. Noch nie im Leben waren wir so früh. So Leute, wir sind gerade im Stadion angekommen. Wir sind auch gerade schon rübergegangen zu den Bayern-Fans. Haben mal kurz gefragt, wie das so aussieht mit dem Endstand, was die so denken. Die 1 meinten 5-0. Habe ich, by the way, auch gesagt. 3-1. Markiert meine Worts. Und für wen? Für Bayern. 3-1 für Bayern. Oder 0-0. Okay, Leute. Und ich sage immer eine Sache. Wir haben das letzte deutschsprachige Team jetzt in der Champions League. Deswegen bin ich auch auf jeden Fall für das deutschsprachige Team. Egal. In der Bundesliga bin ich zum Beispiel für Dortmund. Im Pokal bin ich für jemand anderes. Aber hier werden wir auf jeden Fall für die Bayern sein. Auch wenn... Ey, sorry Akanji, wenn du das siehst, Bruder. Aber ich muss für das deutsche Team sein. Ich bin aber für dich, dass du geile Szenen hast. Aber ich bin für das deutsche Team. Liebe. Und ich würde sagen, ganz viel Spaß jetzt mit den Highlights. Traditionell muss man sich jetzt hier einen Piper holen. Was holst du dir? Warte, ne, ich hol mir einfach ein Bierchen. In England machen wir das mal. Einmal in England müssen wir holen mal ein bisschen zu. Er sagt das schon wieder als Ausrede, weil er einfach gesaufen will. Es ist okay, du hattest zwei Tage kein Alkohol. Chill am Alkohol. Aha. Amar hat mich gezwungen, Leute. Amar hat mich gezwungen. Ja, Leute. Das Wichtige ist, was die Werther gemacht haben. Die haben nicht in die Tasche geschaut. Die haben mir nur so ein Bandreiher aufgemacht. Auch bei mich. Ich hätte eine Knarre drin haben können. Aber, ey, ist kein Problem, weil ich hatte ja ein Band rum. Digga, was ist denn die Logik? Aber Hauptsache, man kann den ganzen Schaden nicht rauchen. Ich hatte nämlich einen Kollegen gerade, der rauchen wollte. Bayern sind schon alle am Start. Da müssen die, weil die halt eskortiert werden, ne? Weil sonst wird es ja so unglaublich toll Auseinandersetzung mitgehen. Und da sind auch schon die Spieler da. Da ist Davis. Ich glaube, ich habe noch nie ein Bayern-Spiel gesehen. Fällt mir gerade auf. Oder? Nee, ich glaube, ich war noch nie im Bayern-Stadion. Also, ich bin Bayern unterwegs. Oder? Bayern Nordenburg? Nee, habe ich nie gesehen. Digga, die sitzen einfach direkt neben den Umfang. Boah, ich glaube, das wird hier richtig geil, Leute, die Stimmung. Digga, wenn die treffen. Ja, boah. Alter, da kratzt jetzt. Wir sind einfach mitten im Geschehen. Das sind ja die geilsten Plätze, die es gibt. Digga, die facken da die ManCity-Fans ab. Oh, Julian Brandt schreibt doch gerade. Was geht ab, Bro? Hä? City gegen Bayern. Wir sind in Manchester gerade. Ja. Hatten wir gerade schon. Man darf hier keinen Schritt reinlegen. Digga, wir sind die Deutschen mitten im Geschehen bei den Engländern, Digga. Sorry, I can't understand you, man. Ich bin in der Bibel. 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 Ich habe Gänsehaut, ich habe ein Problem mit Gänsehaut im ganzen Körper. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Das heißt, Müller ist auf der Bank. Akanji, Bruder, Akanji! 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 Gäußere Wessel. Falls ihr mehr von diesem Blogs sehen wollt, das Ganze ist aus eigener Tasche bezahlt, Fuß geht raus an Robi Hunke, lasst ein Like da, kommentiert gerne und ein Abo da. Und jetzt geht es los! Das ist Abbauch. Der ist einfach von oben. Ja, hier oben. Guck mal! Oh mein Gott! Er hat den No-Look reingeflampt, und er wusste genau, wo die stehen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, Haller ist so heftig, Digga! Alter, hier geklappt! Er ist so krass, Digga! Du Scheiße, Digga! Es kracht ja so sehr hier! Oh mein Gott! Ich liebe es hier! Ich will immer hier drinnen sitzen! Digga, die zeigen sich da alle den Mittelfinger da drüben! Ich habe so ein Gefühl, die hauen gleich ein Ding rein! Gnabry deckt Haaland und werden die Ecke machen! Was ist das denn, Digga? Der Gnabry ist zwei Meter kleiner als er! Wie krass ist das denn, bitte? Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das denn von Thorsteiger? Oh! What the fuck! Aber war, ey, wunderschönes Tag, muss man sagen! Das in so einem Champions League Spiel, das machst du nicht einfach so! Das in so einem Champions League Spiel, das machst du nicht einfach so! Oh mein Gott! Jetzt habt ihr den Ball schon gesehen. Viel zuletzt, viel zuletzt! So, Halbzeit. Erste Halbzeit, Digga. 1-0 für City, Digga. Grandioses Spiel von beiden Teams, muss man ganz ehrlich sagen. Das macht richtig Spaß zuzuschauen. Hey, das ist einfach... Also Fußball auf einem ganz anderen Weltniveau. Auf beiden Seiten wird es sehr viel gespielt, aber City hat sich auch einfach rückenwind, ne? Ich muss aber sagen, die Bayern-Fans, Digga, haben sich geistgestellt, ne? Also Leute, Abfahrt, zweite Halbzeit. So, zweite Halbzeit angebrochen, Digga. Wir sind gerade aus der Toilette gekommen, direkt schon der Angriff. Wir sind wirklich aus der Kabine raus und direkt beantwortet. Das war also gar keine Zeit mehr. Ich bin sehr gespannt, was die Bayern jetzt daraus machen. Weil die Fans stehen auf jeden Fall hinter dem. Das ist echt krass. Und das ist das letzte deutsch-fahlige Team und das ist der erste Angriff. Und da geht's schon los. Oh, Boah, Digga, es kracht gerade. Komplett bei den Zücken. Boah, was ist das denn? Scheiße, die haben ja komplett gejokt gerade. Bist du. Boah. Boah. Hoho, der hat auch gelacht. Boah! Ich höre, die spielen so geil, beide Siebchen, das ist echt gut. Was ist denn mit der Hacke? Ich sag schon wieder, super mitzahle, was machst du da? Ach du Scheiße, da wird mal die ganzen Lippenkehäuser, da hat man sich überochtet, aber beide. Ich schiebe dich nur ab, nein, Jürgen Scheiße! Scheiße! Ja! Halland! Halland! Oh! Oh! Halland! Halland! 45. Halland! Halland! Oh, was für ein Ball! Ich habe gerade mit den Fans hier von City gesprochen, warum sie Cancelo so hassen, weil er als Leihgabe zu Bayern gegangen ist, meinen die, und weil er auch gesagt hat, dass er den Verein hier nicht so gerne mag und hier nicht so gerne spielen möchte und deswegen mögen sie ihn einfach nicht mehr. Gut, das ist halt der Fotograf. Der wird halt wirklich dauerhaft ausgebucht. Hätte ich niemals in Marblem getestet. Dafür sind beide Mannschaften viel zu erstklassig. Aber City hat's bewiesen und ist das Geistesgespräch. So Freunde, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Und so, da sind ein, zwei Sachen, die ich noch kurz ansprechen wollte. Und zwar, Robert Mecciano, der ja bei Bayern spielt, der hat sich heute ein paar Fehler geleistet. Und ja, Digga, der ist schuld an vielen Fehlern und irgendwie an Toren und sowas. Aber was sich auf jeden Fall nicht gehört, egal ob im Fußball oder egal woanders, Digga, jemanden rassistisch runterzuziehen oder jemanden komplett niederzumachen, weil er mal einen schlechten Tag hatte oder sowas, gehört sich nicht. Egal, ob er bei Bayern spielt oder egal, ob er woanders spielt oder egal welcher Mensch. Das wollte ich euch auf jeden Fall auf den Weg mitgeben. Genau, viele hatten mich dann auch danach noch, mich selber auch noch beleidigt, weil ich bei den City-Fans saß. Digga, ich hatte halt einfach Tickets dort, die ich geschenkt bekommen habe. Und da bin ich sehr froh drüber. Deswegen f*** ich euch und lernt daraus einfach Fehler, also dass ihr auch mal verliert und dass ihr dann auch wieder gewinnen könnt. Weil nächste Woche ist ja auch noch das Rückspiel. Und was wollte ich einfach nochmal sagen, geht mir einfach auf den Sack. Guckt meine Videos nicht, guckt meine Storys nicht, wenn ihr damit nicht umgehen könnt. F*** euch. Gute Nacht. Danke fürs Abonnieren des Kanals. Hau rein und tschüss. Ich seh kein Schwarzweiß, ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit, musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.